hallo leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen frischen folge cry of fear memories natürlich versteht sich ja von selbst wie ihr schon wieder höchstwahrscheinlich selber sehen konntet und ist für mich jetzt auch gerade wieder eine kleine neue session werde heute wahrscheinlich auch gar nicht so viel aufnehmen können denn ich habe noch eine kleinigkeit vor aber gut das ist ja nun erstmal nebensächlich ist ja auch scheißegal was ich vorhabe und ich muss jetzt erstmal kurz überlegen wo wir überhaupt wir haben noch einen schlüssel und wir haben gerade eine pistole gefunden ach das stimmt da ich mich doch gewundert wo wir jetzt hier schon wieder hin gekommen sind ging es hier irgendwo lang von da sind wir gekommen richtig was ist hier jetzt lockt passt ja hier schon nee ach doch warte mal wie soll ich jetzt die knarre aktiviert ok lass uns die mal bitte gleich auf die 1 legen und das messer bitte auf die 3w wir wechseln ganz erst mal noch mal kurz um hier ja leute und wie ihr ja wahrscheinlich in den letzten beiden parts wird glaube ich doch recht extrem war zwecks green screen das ganze tut mir wirklich sehr sehr leid aber wie ich auch schon sagte ich sehe da tatsächlich immer erst hinterher wenn die aufnahme schon aufgenommen ist ich kann mir das nicht jetzt nebenbei angucken das funktioniert nicht die möglichkeiten habe ich einfach nicht noch nicht aber wie ich auch schon geschrieben hatte das problem sollte jetzt eigentlich doch behoben sein das schlüsselloch ist was denn geht er jetzt auch es geht doch okay ach doch natürlich und ab hier ging es jetzt blind weiter ne okay dann gehen wir mal rein also ich feiere ja die jetzt sind wir ja wieder hier oder nicht ich feiere ja diese diese map hier echt ja also jetzt gerade dieser abschnitt jetzt sind wir woanders gefällt mir doch wirklich richtig richtig gut oh ok ach natürlich jetzt haben wir diesen strom abgeschaltet jetzt haben wir den strom abgeschaltet und können jetzt da oben durch wo alle auch jeder das ist jetzt wieder echt mega ja gerade alter hoch du scheiße kam die denn hier hier liegt hier noch etwas nee alter hab ich mich verjagt gerade war aber volle kanne ok wir werden jetzt im ganzen gebäude wahrscheinlich gar kein strom mehr haben alter fuck jungen ja ich habe mir schon fast gedacht alter ok dann haben wir aber down die sehen aus wie richtige zombies jetzt hier schon ne abgeschlossen ist trotzdem noch oh guck mal jetzt ist hier jetzt ist hier auch komischerweise das Atomhandgerät weg es geht durch ich hoffe ich finde das überhaupt noch wieder hin alter wie schnell ist er denn oh oh Gott oh Gott oh Gott ich weiß ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr scheiße ich muss nachladen nur die knarre nur die knarre los 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 reload alter fucket Junge ne ne Leute also wie ich schon sagte ich hoffe es äh funktioniert jetzt so mit dem green screen ich hoffe doch ich habe das ganze jetzt auch noch mal ein bisschen äh äh weitestgehend nach nachgestellt neu äh eingestellt wenn man so will und eigentlich sollte es doch hinhauen jetzt ach hier ist das boah wir sprechen das ganze gleich ab hier oben alter die geräusche alter ja Leute und ich freue mich natürlich mega ja da die wieder mit am start ach du scheiße mit am start seid alter okay wir gehen hier einfach mal lang klick alter just die was oh nein nein ich habe ihn gar nicht gesehen war das stand hätte ich da wieder stehen bleiben müssen einfach no escape muss ich denn zurück vielleicht oder ich weiß es nicht wir kommen auf jeden Fall zurück aber hier kann ich jetzt gar nichts mehr machen hier ist zu ach du scheiße alter was heißt was heißt no escape just die Moment mal ich bleibe jetzt hier vorne einfach mal ah ich bin wahrscheinlich zu weit gelaufen einfach nur ne oder alter fuck hier kommt doch gleich wieder irgendeine scheiße nein bitte nicht ich gehe einfach ich habe auch nichts in der Hand jetzt ne keine knarre nichts ich tue mal ein bisschen laufen ich tue mal ein bisschen laufen ey komm Alter mach keinen scheiß jetzt hier Alter jetzt stehen wir hier wieder vor dem Spiegel ach zostaher treten wir natürlich mit wenn wir können jetzt stehen wir hier schon wieder Warum? Was ist das? Alter, sehr verwirrend alles hier, so ein bisschen, ne? Aber wirklich echt alt, alter Echt nice gemacht alles Jetzt ist das sogar schwarz-weiß hier Ach du Scheiße, da geht's natürlich auch noch direkt rein Was ist da? Ein Schlüssel? Ich seh nichts Ich hab auch nichts Bin ich wieder raus? Och, danke Ich hab gar nichts gesehen eben Was ist das denn hier? Ah, da sollen die Schlüssel wieder rein Okay Können wir hier Ah Ja, äh Sorry Leute Ich hab jetzt auch gerade in letzter Zeit wieder echt Total mit meiner Nase zu tun Nehmt sie mir nicht rum Wenn ich den Knochen wieder mal hochziehen muss Ah Der Türknopf fehlt hier Alter, ich seh hier gar nichts Er geht hier auch nirgendwo, äh Ist hier irgendwo was? Vielleicht Ich seh hier gar nichts, alter Ich seh nichts Muss ich doch den Schlüssel Ah, warte mal, nee Der muss hier wahrscheinlich rein, der Schlüssel, oder? Ne Hier doch vielleicht an irgendeiner Tür Was steht denn hier? Na, die nicht Definitiv nicht Aber hier vielleicht Hier vielleicht Moment mal Ah Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Hier sinkst das Licht Und ein Speichergerät Na und wie wir das aber nutzen werden Alter Also ich finde das echt Wie ich schon ein paar Mal sagte Ich finde, äh Zuerst habe ich mir so gedacht Oh, Memories Na ja Ist ja nicht so tolle, aber Doch Jetzt ist es richtig Krass geworden noch Finde ich Was ist denn da drin, ne? Knochen? Ne, Spritzen, oder was das denn sind? Was ist denn das? Flares Alter, ich kann mich doch gar nicht wehren Mach mal an hier Lass mich mal hier nochmal rein Liegt hier jetzt vielleicht irgendwas Kann ich hier irgendwas machen? Hier haben wir den Schlüssel drin gefunden Den anderen Den wir eben benutzt haben Natürlich rennt er hier draußen jetzt noch rum her Wo soll ich denn hier einen Türknopf finden? Was? Ich kann hier abtauchen Aber Ja, ja Komm Hoch, Simon Da wartet sie Alter Willst du mich verarschen? Wir müssen irgendwo den ollen Türknopf finden Nein Nicht wieder rein Hoch Sie steht ja immer noch da hinten Ich muss doch irgendwo was sein Denn, oder nicht? Anders komme ich doch gar nicht hin Natürlich Woanders ist doch hier aber auch nichts, oder doch? Beziehungsweise woanders komme ich doch gar nicht rein Hier war zu It's locked Jetzt Oder heißt das Komm ich da hinten noch was? Nein, komm ich nicht Ich kann mich doch gar nicht wehren Ich habe auch nichts weiter in den Taschen Weil, die ist doch uns Die ist uns doch aber hinterhergelaufen, ne? Eigentlich Und das ist jetzt auch noch wie einer drin Sieht nicht so aus War ich noch was? Doch, natürlich Liegt da noch was in der Wanne? Ich muss hier gucken, Leute Nö, ist doch noch nicht Hier vielleicht noch irgendwo, nö Okay, jetzt wird's lächerlich Ich weiß nicht, was ich machen soll Ich kann ja Ich kann mich ja nicht mal wehren, nichts Ja, jetzt komme ich hier nicht mal mehr vorbei Machen wir nochmal eine Flair an Okay, das ist jetzt ein bisschen verwirrend gerade Ich weiß nicht, was ich machen soll Hier ist zu Hier war das ja eben, aber Hier ist doch gar nichts weiter Das ist jetzt gerade ein bisschen nervig schon wieder, ehrlich gesagt Hier ist zu Äh, wo ist denn? Ich glaube, ich habe einen Spielfehler gerade Oh, mein Timer Mann, ja Oh, das ist immer nervig, Alter Wo soll ich denn hier diesen scheiß Türknopf finden? Jetzt lockt ja Ich Äh? Jetzt mal, oh, ein Witz Freunde Ich kann hier auch nichts nehmen Ist ja schon ein bisschen Ein bisschen scheißegal oder sowas Also ich hasse so eine Situation Die jetzt wirklich gerade wieder gar keinen Plan hat Vor allem, wo ist die denn hin? Oh, der Simon geht hier auch nicht rüber über diese kleine Borde Das muss doch denn hier irgendwo sein Trotzdem, oder nicht? Wieso kann ich denn hier jetzt nichts machen? Also, äh, ganz ehrlich In letzter Zeit habe ich auch ein bisschen die Fresse voll von diesen scheiß Rätselgames Das kann doch nicht wahr sein Muss ich hier vielleicht irgendwo durchs Fenster? Nee, auch nicht In letzter Zeit habe ich echt die Fresse voll von diesen scheiß Rätselgames Ich meine, hier kann man abtauchen Trotzdem sehe ich nichts Unten ist irgendwo ein Auto, ja Nicht der hier denn irgendwo vielleicht? Ich sehe ja nichts Gar nichts Doch, da Ja Jetzt komme ich nicht mehr hoch Nein Los Los Oh Wir haben es geschafft, Leute Alter Erstmal die Power hoch wieder Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt Ey, nicht, dass Der jetzt hier trotzdem gleich wieder kommt Habe ich noch eine Spritze oder so? Nee, gar nichts Was war das denn? Alter Fuck it Türknopf Usen Okay, er ist dran, ne? Ach, du Heiliger Okay, Leute Also, ich würde vorschlagen Was uns in diesem Haus hier erwartet Das und noch mehr Sehen wir uns beim nächsten Mal an Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann wieder mit am Start seid Ich bedanke mich an dieser Stelle Wie immer fürs Zuschauen Fürs Dabeisein Und sage Tschüss Bis hoffentlich Zum nächsten Mal Haut rein Tschüss